ja und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme transport fieber so falls sich wundert wegen der qualität das ist ein live stream mitschnitt vom 7 juni und ja wer sozusagen den live stream verpasst hat kann das ganze hier in den folgen sehen ich habe gerade schon zehn minuten gespielt und dann dachte sich das spiel ich tut es mal wieder ab ja ich liebe transport fieber einfach aber wir machen jetzt einfach mal kurz das was ich schon die was ich schon die zehn minuten gerade gemacht habe und zwar die verbindung zwischen sangerhausen und großbott war ich liebe das spiel was wir transport fieber nur ohne abstürze sehr sehr schön es geht alles ein bisschen schneller na nee du echt ich muss öfters speichern ach ja stimmt ich habe hier ach ja so gut hier ein depot gebaut regt mich das schon wieder auf kein geld 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so gut nochmal danke likern danke ja also nicht wundern lieber live stream es gibt natürlich keine chat einblendung oder sonstiges wegen dem live stream müsst ihr ein bisschen selber den chat mitlesen aber ich denke das bekommt ihr hin die nervige musik gibt es später weil später möchte ich noch sim city spielen ach sim city mein gott wer auf den test kommen möchte es ist natürlich mit dabei seid ihr halt in der folge mit dabei aber ich denke das stört dann die wenigsten wenigsten komm ich erzähle nochmal das gleiche ja ich habe die erste folge ja bereits aufgenommen und da habe ich mich dann entschieden mit überlandbussen anzufangen denn ich habe durch die open community map herausgefunden dass überlandbusse ziemlich ziemlich viel geld am anfang bringen und habe das jetzt auch mal versucht und ich muss sagen vor allem weil wir auch im jahr 1936 sind wo es noch nicht so viele züge für mich persönlich gibt habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden überlandbusse zu machen so speichern zack gut was habe ich noch gemacht nichts ich habe gewartet ja sie kann ich glaube du musst auch mal youtube kanal aufmachen dann kannst du deine ganzen schönen züge zeigen ich habe keinen einzigen mod für die frühen jahre ich habe mir nur nur mods eingeladen für später also so vielleicht ab 1980 vielleicht ne das weiß ich leider noch nicht ich kann dir auf jeden fall sagen random dass am wochenende kein stream kommt denn ich hoffe du hast das stream ankündigungsvideo gesehen denn ich fahr freitag abends schon los und bin dann bis sonntag abend bei ihr das heißt auf jeden fall freitag samstag leider kein streamer morgen auch nicht weil da habe ich einen termin abends und dann ist ja eigentlich schon freitag das heißt dann die kommende woche bleibt dann auch nur montag dienstag offen denn mittwoch abend fahre ich dann schon wieder runter denn donnerstags am donnerstag ist in deutschland zumindest ein feiertag und freitag haben wir ein brückentag automatisch und Und ja, das muss man natürlich nutzen. Das heißt, nächste Woche von Mittwoch bis Sonntag garantiert kein Stream. Außer, oder? Warte, lass uns überlegen. Nein, garantiert kein Stream. Denn wir sind, wie gesagt, ich fahre Mittwoch abends, fahre ich dann wieder runter. Dann sind wir donnerstags dort. Dort können wir leider nicht streamen, weil die Internetleitung zu schlecht ist. Donnerstags können wir nicht streamen, Freitags sind wir im Europapark. Samstags fahren wir dann zurück, Samstagabends ist ein Fest und Sonntags stream ich ja im Grunde nicht. So, das ist der grobe Ablauf. Das heißt, ihr wisst, dass kommende Woche eigentlich nur Montage, Dienstag offen bleibt. So, sehr schön. Jetzt müssen wir es gleich mit noch einer Stadt versuchen. Na gut, die vier liegen jetzt so nah beieinander. Wie wäre es hier mit Schwetzingen? Oder hier hinten Spalt. Ja, random, da hast du mehr als genug Zeit. Hast du eigentlich mittlerweile herausgefunden, welche Version in NRW fährt? Oder hat es irgendjemand anders herausgefunden? das ist ja gut, es ist ja gut. Wie wäre es amin, dass ich jetzt nichtこう. Ich möchte schon streamen, das Problem ist bloß. Das Problem wäre es natürlich nicht, wenn wir sagen würden, dass wir uns samstags erst treffen. Das Problem ist dann hauptsächlich, dass wir den halben Samstag schon verplant haben. Denn ich fahre zweieinhalb Stunden, sie fährt mit dem Zug ein bisschen mehr als drei. Bislang hat es sich halt angeboten, freitags zu fahren. Nächste Woche ergibt sich halt wegen dem Feiertag, aber ab dann dauert es ja ein bisschen bis wieder ein Feiertag ist. Dann hätte ich ja im Grunde dann Montags bis Donnerstags Zeit, eventuell dann ja auch Freitags, einen Stream zu machen. So ist es ja nicht. An den Wochenenden wird es dann ein bisschen schwieriger, wenn wir mal irgendein Wochenende, ja wenn zum Beispiel irgendein Wochenende mal was ist, dann können wir uns logischerweise nicht treffen. Wenn zum Beispiel sonntags mal irgendwas ist, dann bleibt natürlich auch der Samstag dann offen zum Streamen. Dann ja. Was ich dann auf jeden Fall mal vorhabe, ist mal wieder ein 24 Stunden Stream. Ich habe aber auch schon mit ihr geredet. Und es würde ihr auch nichts ausmachen, wenn ich mal einen Abend hier hocken würde und sie würde zum Beispiel Hausaufgaben machen oder so. Aber ja, ihr wisst ja, wie das so ist. Ich habe es auf jeden Fall nicht vor abzusagen, sondern ich möchte es natürlich beibehalten. Ihr wisst, dass mir das Stream einfach zu viel Spaß macht, um es komplett aufzuhören, weil komplett aufzuhören will ich ja sowieso überhaupt nicht. Und dann ruf, köper und so sch shadow-behalten wir ja. Also meine Eltern oder so ein Mal finden wir ja. Beut an denen wir ja einfangen. So, wie das jetzt? Also wir sehen uns im Hintergrund durch unser Angebot zu machen. Ja, das ist besser. So, ich gebe das jetzt. So, ich bitte nicht zu viel praktisch. Like, es funktioniert. Oh, ich bitte geht das super. So, ich sage's antes. Vielleicht geht das jetzt. Okay, ich soll mich an meine Mama. Oh. Ah. Entschuldigung. Ich weiß, dass ihr das vermissen werdet, diese langen Samstags- und Freitags-Streams. Ja. Ich weiß, tut mir leid. Es wird sicherlich mal, wie gesagt, ein Wochenende mal geben, wo wir irgendwas anderes haben. Also... So, mit so viel Geld könnten wir eigentlich uns schon fast an die erste... an den ersten Zugwagen... Oder wir machen weiter mit Überlandbussen und versuchen mal... ...ja, Likon und das verstehen, wie soll ich sagen, das verstehen die meisten nicht. Also, viele haben ja auch schon geschrieben... ...ja, streamt doch mal wieder am Wochenende und dann habe ich so gesagt... Leute, ihr habt das Video nicht gesehen. Ja, vor allem jetzt am Anfang Likon, da möchte man sich halt oft sehen, möchte viel miteinander machen. Ja. Und es gibt ja dann auch noch weitere Pläne. Also jetzt nicht Pläne für ein, zwei Wochen, sondern es gibt ja auch Pläne für weiter weg. Ja. Und, äh, ja. Ja. Die Arbeit gibt es ja auch noch. Nicht zu vergessen. Weil so groß bin ich leider nur nicht, ja. Dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Ja, Likon, ich glaub, dass du das verstehst. als mutter versteht man das glaube ich noch mehr wie wenn man noch so jugendlicher ist linie 4 könnten wir noch ein paar mehr drauf tun hier haben wir schon neun schön packen wir den da mal mit drauf aber ich habe ja glaube ich mal geschaut doch guck mal hier hier und hier es würde sich ja im grunde perfekt anbieten so das machen wir was das denn mini truck station wir bauen mal wir bauen mal den standard nicht speichern so wo lassen wir den weiterführen ist die frage kommen wir ja mal so machen und dann machen wir hier eine station hin und hier eine so lebensmittel möchte zum gewerbe ich baue da eine extra straße weil ich die zwei systeme immer gern getrennt habe weil sonst würden die hier kommen und dieses diesen kurzen abschnitt würden die dann zusammen fahren das habe ich nicht gern wir haben nur schrott pferde fuhrwerk da ich möchte schön emissionen abstoßen wir machen natürlich was machen wir denn vier oder getreide machen wir mal getreide 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 so dann nehmen wir Lebensmittel 4 5 6 7 8 9 10 das reicht mal 5 6 7 8 9 10 So, wir haben, habe ich ja in der ersten Folge auch schon festgestellt, wir haben ja dreimal Holz, viermal Holz und hier auch noch mal. Hier, fünfmal Holz. Hm, da sind noch nicht so viele da. Ich habe es doch nicht angekündigt. Ich kann es ja noch schnell ankündigen. So, Moment. Was mache ich hier eigentlich? Das andere sind wahrscheinlich so Genießer beim Zuschauen. Was mache ich eigentlich? Hallo? Okay. Okay. Während dem Stream Und der Aufnahme Muss ich mal bedenken Aber wir haben Im Grunde alles Hier in der Mitte Zwischen Zwischen diesen Städten Was man Im Grunde alles Wir haben Eisen Kohle Wir haben hier Holz Wir haben Bretter Wir haben Stein Wir haben Hier nochmal Eisen Wir haben hier nochmal Stein So wir haben Waren Wir haben Kunststoff Wir haben hier Werkzeuge Maschinen Wir haben hier hinten Lebensmittel Wir haben hier Öl So hier ist die Raffinerie Wir haben hier Stahl Wir haben hier nochmal Stahl Dann haben wir hier Baumaterialien Das ist alles so Ja Zentral Ich mag das Hier haben wir nochmal Öl Das hier gefällt mir einfach am besten Weil ich weiß jetzt schon was wir hier hin bauen Ähm �� Eine Marie